Heute zeige ich euch 5 Möglichkeiten, wie man eine Jogginghose stylen kann. Karl Lagerfeld sagte einst, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich sage, Leute, es gibt nichts Chilligeres, als eine Jogginghose zu tragen. Und heute holen wir uns die Kontrolle über unser Leben zurück. Und ich zeige euch heute 5 Möglichkeiten, wie man eine Jogginghose stylen kann. Als Base bzw. als Grundlage benutze ich diesen Jogginganzug hier von Boss. Der ist einfach ein bisschen wertiger, ein bisschen hochwertiger und dementsprechend auch gut für Alltagslooks geeignet. Und in Grau einfach auch flexibel stylbar. Den Jogginganzug, als auch alle anderen Kleidungsstücke, verlinke ich euch wie immer natürlich unten in der Box, falls ihr irgendetwas nachkaufen möchtet. Ja, aber wie stylt man denn jetzt so eine Jogginghose? Starten wir mit Look Nummer 1. Im ersten Look wird die Jogginghose mit einer Lederjacke gestylt. Unten trage ich schwarze Sneaker, und zwar schwarze aus Vigo, die wirklich super, super bequem sind. Und wirklich meine schwarzen Alltagssneaker sind, die ich fast zu jedem Outfit gerne trage. Dann einen schwarzen Turtleneck, darüber dann dementsprechend die schwarze Lederjacke, um einfach so ein bisschen tiefer reinzubringen. Ist auch schön jetzt hier der Materialwechsel zwischen Leder und dem Strick. Und obendrauf noch eine passende Bienie auf dem Kopf. Im zweiten Look bringen wir eine etwas schickere Note ins Outfit mit rein, und zwar stylen wir hier diesen Look mit einem weißen Hemd. Unten an den Füßen trage ich sportliche Sneaker von Hugo, dann logischerweise die Jogginghose, und jetzt da drauf dann dementsprechend ein weißes Hemd mit Stehkragen, um einfach diese schickere Note reinzubekommen. Und darüber habe ich dann noch einen grauen Strickpulli gelegt über meine Schultern. Und spätestens jetzt, Leute, haben wir die Kontrolle über unser Leben wieder zurückgewonnen, wenn wir Jogginghose tragen. Denn hier kann man sehen, dass man auch mit Jogginghose tatsächlich einen etwas feineren und eleganteren Look kreieren kann. Beim nächsten Look setzen wir jetzt noch einen obendrauf, und zwar wird hier die Jogginghose mit einem klassischen Mantel gestylt. An den Füßen trage ich sportlich elegante Ledersneaker in weiß-blau, dann logischerweise die Jogginghose, und darüber dann einen dunkelblauen Rollkragen, und darüber dann den klassischen dunkelblauen Mantel, und zwar an dieser Stelle von Hugo. Hier noch gepimpt mit einer Sonnenbrille, mit einem Accessoire, was das Ganze auftritt, jetzt nochmal an dieser Stelle abrundet. Weiter geht's mit Look Nummer 4, und zwar trage ich hier die Jogginghose als ganzen Anzug, und zwar an dieser Stelle kombiniert mit einem Trenchcoat. Hier habe ich gar nicht großartig viel gemacht, sondern einfach wirklich nur den Trenchcoat oben drüber gezogen, und um so eine wertige Note noch mit reinzubringen, habe ich mir jetzt noch einen Kaschmischal umgehängt, und hier an dieser Stelle mit weißen Sneakern kombiniert. Und Leute, Protob an dieser Stelle, versucht immer den Anzug dann, wenn ihr einen Anzug als Anzug tragen möchtet, egal ob Normalanzug oder Jogginganzug, ihn wirklich als ganzen Anzug zu tragen, und nicht das Oberteil von Anzug A oder das Unterteil von Anzug B zu nehmen. Denn das geht meistens in die Hose. Machen wir weiter mit Look Nummer 5, und zwar hier an dieser Stelle ein sportlicher Look, kombiniert die Jogginghose hier an dieser Stelle mit einem Poloshirt. Unten an den Füßen trage ich wieder sportliche weiße Sneaker, und zwar von Puma, dann logischerweise Jogginghose, und jetzt kombiniert mit einem schwarzen Poloshirt, und darüber noch ein schwarzes Blouson gezogen, abgerundet mit einer Sonnenbrille in schwarz auf meiner Nase. Und hier nochmal alle Outfit-Kombinationen mit Jogginghose im Überblick. Und schreibt hier immer an dieser Stelle gerne in die Kommentare rein, welcher Look euch persönlich am besten gefällt, welchen Look würdet ihr so im Alltag tragen. Falls ihr jemanden kennt, der nicht weiß, wie man eine Jogginghose stylen kann, dann teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Video wieder die Kontrolle über unser Leben erlangt haben, und hier an dieser Stelle dann wirklich auch sicher eine Jogginghose tragen und stylen können.